V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit Hallo, willkommen zurück zu MankoVarios, wir machen weiter und wir joinen gleich jetzt auf den Server auf 3, 2, 1, los! Und nehmen wir, wir nehmen alles easy peasy geschmitten und äh, ja Hallo, ich kann mich noch nicht bewegen, ich kann mich noch nicht bewegen Nicht? Ich auch noch nicht, aber ich kann schon mal abbauen, wenn ich will Ja, ja Ähm, dann wollte ich, äh, okay, heute ist Also heute ist, ja, heute ist in Schaden Okay Okay, äh, wo bist du erst mal, ne? Ich, warte, ich muss kurz essen, da bist du Ich seh dir, da hab ich dir, da hab ich komm zu dir Äh, ich muss kurz, äh, zum Essen Hey, 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 hier, nimm, ob's, falsches Item, warte, nicht nehmen, wenn ich nehme Hast du essen? Das, ja, du holst, äh, ob sie dann, ich hab essen, ja, ich hab sehr viel essen, hier Okay, wo ist hier, wo ist denn nochmal Obsidian? Wir müssen nochmal gucken, ob sie dann mal irgendwo, ob sie dann war irgendwo dort drüben oder so Ich muss nochmal gucken Ach, und wo kamen wir? Guck Äh, wir kamen, warte mal Ich glaub, das war nicht mal in dieser Minendings Hier ist Lava Ich hab, ich hab mal gesagt, okay Hier ist Lava, aber kein Obsidian Ähm Hm Oh Gott Du hast das ganze Essen rausgenommen Ja, ich hab alles rausgenommen Äh, hast du ein bisschen Essen? Ja, hier, guck, ich hab's, hast du es nicht aufgenommen? Hier, liegt da rum Nice, danke Ähm, ich weiß grad nicht, in welcher Richtung wir sind Los, los Ja, wir sind, schon Ähm Ich muss gucken Oh, wie viel Eisen hier drin war Und Essen? Wut? Ey, hier war irgendwo Obsidian Hier ist Obsidian Okay, ich hab Äh Hier ist aber Lava, okay Ich hab ne Frage Ist das von uns oder ist das von jemand andern? Guck mal, Leuchtbrenne Ich hab kein Wasser, warte, warte Äh, guck mal hier, komm Ich sterbe nicht Ich sterbe nicht Ich sterbe nicht Ich sterbe nicht Ich hätte irgendjemand was hingeplatziert Okay Sicher, dass du dich stirbst, ich mach kurz einen Eimer Oh mein Gott Hälfte meines Lebens verloren Hier, hol dir, hol dir Wasser, hol dir Wasser Okay, ich brenne nicht mehr Oh mein Gott, ich sterbe grad Und Lava Oh mein Gott Ich dachte, ich sterbe grad Ich hab mich grad so erschreckt, Alter Hier, hier nochmal zwei Eimer Junge, ich dachte, ich bin tot Hier, holt mich, so Und wo kommen die Zombies? Oh Gott Oh, sorry Oh verdammt Oh, sorry Oh, sorry Soll ich zwei Lava einmal machen? Für dich auf einen Mach alles voll Zwei Wasser, zwei Lava würde ich sagen Ne, ne, ne Ich hab hier selber schon gemacht Hier, behalte du Ich hab Angst, dass ich mich selber verbrenne Ich hab hier dein Item Hier dein Item Kannst du ob sie dann abbauen? Kannst du ob sie dann vielleicht abbauen? Ja, kann ich machen Sonst bin ich vielleicht tot, Alter Weil wenn ich noch einmal aus Versehen in die Lava reingehe Ich hoffe, du bist full live erstmal Ja, ich bin full live Sollen wir noch dir absuchen Wenn nicht, dann suche ich noch Wasser und so, irgendwas Du hast ja Zuckerrohne, ne Ob sie dann brauchen wir dann nur noch Okay Äh, 187, dann hab ich Was ist Leder? Ich hab Leder, ich hab Leder Ich hab sechs Leder Ich hab sechs Leder Ich hab auch sechs Leder Dann kannst du Enchanter machen auf jeden Fall Sorry, dass die Folge etwas chaotisch ist Ich hoffe, die Musik stimmt zumindest die richtige Stimmung rein Verdammt, ob sie dann ist weggebrannt Äh, verdammt, wir machen was Uh, Dias, Dias Nein, als ob Ich hab Dias gefunden Als ob Ja Eins Viel Zwei Drei Vier Fünf Ich hör ein Skelett, ich weiß aber nicht von wo Ah 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 Nein Ich komme Ich komme Wo, wo kommen sie, wozu Fuck Äh, wir haben hier Wasser, ne Wir haben hier voll viel Wasser, komm mal Ey, wir haben jetzt 18 Dias Wir sind die Einzige aus der Historik, die Dias haben, glaube ich Äh, das ist eine Spinne Guck mal, hier ist voll viel Lava und hier ist noch Wasser Gehst du das, komm her, komm her, komm her, komm her Wir könnten DIA Equip machen, komm her Wir könnten DIA Equip machen, wo bist du? Perfekt Und weißt du, was wir jetzt machen, was wir jetzt machen? Wir lassen hier so ein Block und machen hier was Ja, ich mach mal, mach mal, mach du mal Oh geil, jetzt haben wir noch mehr Dias Perfekt Ey, wir könnten DIA Equip machen, ne Nice ey Ich bin so halb Ja Wollen wir machen? Äh, mach schon mal zwei Brustplatten für uns beide Ja, ja, Brustplatten erstmal Aber mach das so, dass wir noch zwei Dias auf jeden Fall übrig haben am Ende, ne Ja, ich hab noch zwei Dias übrig Okay, ich hab drei, ist obsidian, das reicht glaube ich Ich hab noch zwei Dias übrig Dann Okay, ähm Hab ich automatisch springen? Ne, hab ich nicht Ähm, wo bist du? Äh, die Brust, die Brust zieh ich mir aber noch nicht an, ja? Hast du eine Work... Oh, yo, guck dich das an! Yo, aus meinem Thatcher Pack Oh, die zieh ich doch an Oh mein Gott Die sieht so, so nice aus Let's go Ne, ich zieh sie gleich jetzt an Ich zieh sie gleich jetzt an Das, ähm Äh, was soll ich machen? Was? Ich muss ein paar Items hier Äh, Juma, du weißt wie ein Schandtag geht, oder? Ja, ja Ähm Ich hab die Dias nun nicht Du hast die Dias, gib mir die Achso, die zwei Dias Äh, wir haben Leder Ne, geht grad nicht, ich bin grad in Aufnahme Nein, geht nicht, für eine Aufnahme Perfekt Nein, geht nicht Ich kann nicht ja pausieren Ja, mein Bruder Der versteht das nicht Ist auch nicht schlimm Okay, komm Du hast die zwei Dias, du hast die zwei Dias Ja, also Ja, okay Okay, jetzt kannst du den Schandtag schon mal, mach das schon mal ganz gut Ja, sorry, dass da Leute im Hintergrund sind, die nicht verstehen, dass sie nicht rein sollen Äh, ja Okay, hab mich grad ablenken lassen, aber so Okay, ihr seid bereit Drei Zwei Äh Warte, was? Oh, ich brauch vier Obsidian Oh We'll be right back Äh Äh Ja, dann mach mehr um die Dias Woh lang Ah, von hier lang Okay Mach schon mal mehr um die Dias Ach, scheiße, ey Ja, alles gut, alles gut Ja, alles gut, alles gut Ja, alles gut, alles gut Ich hab sogar, ne, ich hab schwarz Mein Inventar ist aber komplett voll Das ist nicht so gut Okay Okay Wir sind bis jetzt die beste Encrypt Ja, wir sind am besten Encrypt Ja, wir sind am besten Encrypt Lasst voll Dias machen Such mein Ja, ich, ich spürt mein Grad Also ich versuche Okay, hab jetzt, hab jetzt, äh Die Anzahl Oh, jetzt können wir heute Chanten Oder brauchen wir Lapis, nicht sogar? Richtig geil Richtig geil Lass uns Chanten in den letzten fünf Minuten Okay, dann seid ihr bereit Zwei Dias dahin Buch dahin Ob sie dann hier hin Und boom Humba, 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 Humba Ja, ich hab keine fucking mehr Ähm, ich muss ein paar Sachen wegschmeißen Ich brauch die Setzling nicht Rätseln roll ich nicht Äh Die Löcke sind eigentlich immer gut zu haben Aber hier so wenig, so braucht man nicht Ähm Oh, Gold Das ist auch ganz wichtig Ja, ich hab mir die Dias Von Gold hab ich, äh Ne, Gold hab ich doch nicht so viel Dann tu mal die dafür weg Machen wir ein bisschen so Okay, okay Okay, ähm, wo bist du? Äh, ich bin grad Stripmine Mhm Da, ähm Ich glaub, du wirst schon meinen Weg finden Ja Ah, hier ist, hier ist cool Dann können wir direkt ein Level haben Ähm, ich hör nochmal Lava Falls wir irgendwo Hallo, lass mal Sneaken, sneaken, sneaken Oh fuck Okay, wir sneaken Entspann dich Ey, wir sind aber besser equipped Sie trauen sich nicht Wie geht's, Schnuckis Ähm, Che Artem Jungs, ich hab mich grad f readings Habt ihr auch schon full die Ich glaub, die haben nicht so viel Klar Schon erste Folge Oh man, ey, was machen wir hier ich bin auch nicht mehr drin ich bin gerade noch der suche wenn wir noch fünf minuten haben ja dann machen wir entscheiden ja mach so baulich weiter ich mache ja ich meine ich dir mit ich habe ich habe ich habe sogar lapis das ist perfekt ja dann lass wollen wir jetzt entschalten okay dann mach hier einen kleinen raum dann hier warte ich mache hier unten und alles was du von level bekommen kannst so mitten in der luft einfach egal wir müssen wir müssen unsere unser schwert und das was das kommt in aber die nur bei ich habe an sich das gar nicht mehr drauf aber okay kannst du mir das geben wir haben doch ja wir haben doch kein kein der schwert deswegen machen wir ich würde erstmal die brust verzaubern auf schutz schutz 1 egal das halberkeit ich will keine habe ich habe Angst dass die irgendwo in unserer nähe sind mein inventar hast du irgendwas was du hier zum beispiel gold kannst du nicht danke ja das ist voll viel lassen wir mal die ja schwert schon mal auf schärfe schärf und rückschuss habe ich nice ich habe nur halbarkeit ich bekomme läuft alles geschmiert alles super bisher ich höre zombies vielleicht kommen wir gleich eine schlucht an das wäre doch mal geil okay aber das heißt aber ein bisschen verzaubern kann können wir hose machen hast du die erst für hose hose mache ich dann jetzt wie viel hatte war wie viel das hast du was ich mich irgendwann die erst mal damit die leute in den kommentar nicht ausrasten ich habe jetzt nur die vier die du abgebaut hast du hast jetzt rosen gemacht wir können zwei schwert okay ich habe keinen dann macht ihr die man machte denn der schwert genau dann entstand sich man die erschwert lieber einmal damit hat irgendwie brauchen wir fehler überhaupt eigentlich und ein unserer aufnahmezeit zu ende dann müssen wir morgen wieder drauf noch fünf minuten ja ich meine gerade noch ein wenig sollte gleich passen dann wäre auf jeden fall schon mal ziele im auge ich habe mein tag so früh ich sehe gerade gar nicht deswegen echt also wirklich richtig voll verdammt kaputt kaputt und sonst lassen eine neue kraften mit der sich abbauen oder nicht nicht ich muss kurz überlegen was ich jetzt mache eisenspitzhacker einfach ganz normal oder ja ja ok wir müssen aber noch anders machen wir müssen das eisen brauchen wir ganz dringend hast du denn wir schon verzaubert ja ja auf schärfe eisen rückstoß das echt nice ja das muss ich zwar nicht aber alles für den hell aber hier die erschwert noch nicht benutzen nicht ich habe noch ein wenig ich habe hier das ist alles was ich habe mein inventar ist so unordentlich weil ich mich nicht darauf konzentriere das nicht so gut okay ist dort warum ist hier dort wir sind in einer höhle angelangt würde ich sagen in einer höhle ja ich bin so los ich weiß kann okay doch dann nehme ich das gehen wir sind direkt an der höhle ist das ja ich nehme ein schadter mit so jetzt lava meine mit haus jetzt nicht mehr so vor ich habe die dreck sachen halt weg gemacht hier ist ganz viel aber sehr sehr viel hast du da ist auch wasser ja dann brauche ich ein wasser einmal weil sonst kann ich sterben dann hol du dir wasser und eimer lava meine ich sorry weil meine picke ist kaputt gegangen also ich brauche mich hier gerade hoch damit wir in die höhle können reisen weil man sieht nicht nicht ich weiß sorry leute ich muss ganz kurz fackeln machen ich bin so zitterlich weiß nicht warum selbst wenn ich bin selbst wenn die uns finden sind finden lappes lappes die kann nichts machen der blau ist das ist nicht gut hast du gerade ein block platziert ich habe ihn abgebaut also ich habe ich habe ich abgebaut oder das weiß nicht das weiß ich ehrlich gesagt nicht so kurz aber wasser eisen 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 ich schwimme einfach hoch unsere wann ist unsere zeit zu ende steht das nicht rechts normalerweise in zwei minuten ja ja okay okay dann denke ich mal auf wenn du ins nichts unser ziel war in schaden das haben wir auch geschafft ja ja hier aber unser ziel ist ja auch jetzt noch aus zu finden und raus aus der höhle wir wollen uns ja jetzt ist die folge schon fast zu Ende das morgen oder so okay wo bist du aber wir müssen ich bin hier siehst du mich hast sie ist mein namen ja mal gucken vielleicht finde ich ja noch irgendwo die auf diese höhe nicht warum ich auch die ersuchen wegen full dia wollten wir eigentlich haben ja das mal gucken ja willst du schon mal weitermachen dann oder solche runter und ich war noch hier die kohle und dann reich mit runter ich weiß nicht mal welche höhe wir sind deswegen ich glaube einfach wir müssen eigentlich eine zuckerhoffarm machen damit wir mit ambos damit wir schön bücher machen können ich weiß halt wirklich gar nicht welche höhe ich bin weil wir wollen ja unser dia schwert auf schärfe zwei wenn ich sogar drei machen mit verbrennung eventuell sogar ja okay ich kann zurück ich kann zurück ich werde kasse gegen den hier mein kopf warm 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 sehr gut wissen ich bin gerade noch am stück mein okay bei uns ist gerade ein krasser sturm wir bauen ja okay wir bei uns hast du iron oder so dann bauen wir uns mit iron erz dann bauen wir uns mit iron erz ein ja okay wenn du willst wir sind ja schon so rich weißt du ja okay hier ist noch kohle dann sind ist der aufnahme eigentlich vorbei diesen jahr vor kurzem drauf getrunter ich glaube noch ein bisschen ich glaube noch fünf minuten sie werden sich finden in der zeit weil ich war ich bin zu bauen okay dann leute wenn es euch gefallen hat dann das gerne positiv werden könnt gerne auf unseren social medias und auch das gott sei wann vorbeischauen und dann sehen wir uns in der nächsten folge von wairo wieder haut rein und